hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die ticket und spiel talisman um ich werde es mal statt ich habe schon heruntergeladen vollbild einem schalten musik habe schon angemacht ja und ja ich glaube ich habe das spiel noch nicht gespielt also so das bild sagt mir jetzt gerade gar nichts talisman um ich werde einfach mal starten server mein charaktere na es ist also gibt es so vier server bislang also scheint das neu der ist auch neu es gibt nur drei server sehe ich gerade hatte hier was ist in a sa und ap ich weiß es nicht auf jeden fall scheint ein neues spiel zu sein ja wenn es nur drei server gibt oder es spielen nicht viele leute mönch priester sorgt man spiel maria assassin fernkämpfer also nahkämpfer fernkämpfer magier heiler und priester ich glaube ich gehe auf ich gehe auf den hier fernkämpfer spiel alleine alleine ist wahrscheinlich der gut oder der gut dann nehme ich den mensch mensch warte mal hier stehen ja drei sterne zwei vier vier drei also den oder den die am meisten sterne ach nehmen wir den vielleicht später noch ein biest was soll ich machen da um drauf drücken gut fernkämpfer mh 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 . mh mh Das war's für heute. Ich wollte gerade anlegen, aber weg. Ich habe eine Lange gesehen, und ich habe eine Lange. Ich bin schon Level 6. Und wie lange spiele ich? Keine Ahnung. Wow. Oh. 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 Wir müssen den Geheimnis nehmen, um es zu schützen. Du musst die Geheimnis nehmen, um es zu schützen. Aber es ist auch ein ZDF, um es zu schützen. Die Geheimnis haben die Geheimnis, um es zu schützen. Es gibt alle Geheimnis. Einzige Geheimnis für die Geheimnis. Geheimnis zu schützen. Ich finde die Sprache immer so ein bisschen witzig, also Chinesisch mag ich. Kapitel 2 Level 10, ich bin Level 10, wo krieg ich das hier noch nicht? Ach, die Waffe muss Level 10 sein. Das ist die Frage, wie ich die sind. Die sind in der Anstatur, die ich in die Hande verwende, und ich bin in die Hande. Das ist die Abwechslung, die ihr dann wieder an die Hande und an die Hande. Das ist die Abwechslung, die ihr in der Hande und in der Hande. Das war's für heute. Das war's für heute. Oho! Jawohl. Geht doch. 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 Geht. Geht doch. 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 Geht. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht. 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 Geht.